Zwei Tage später, Traps legendäre 3 Minuten und 30 Sekunden. Ich lese nicht sehr viele Seiten, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, spieloffensiv oder dynamo-offensiv wie Bayer. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen, Elber, Janka und Ziegler. Sie müssen nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist ein bisschen mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter, ich verstehe, was ich gesagt habe. Dann, offensiv. Offensiv ist, wir machen wie im Platz. Zweite, ich habe erklärt mit diesen beiden Spielern, Nackt, Dorn und Blau, vielleicht halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diesem Mittwoch. Ich habe auch zwei Tage der Training gesehen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz. Es gibt die Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat er gespielt Mehmet oder hat er gespielt Balder oder hat er gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als das Spiel. Wissen Sie, warum die Italiener Mannschaft nicht diese Spieler kaufen? Weil wir haben gesehen viele Male zum Spiel. Wir haben gesagt, sie sind nicht Spieler für die Italiener Meisters. Struz, Struz ist zwei Jahre hier, hat er gespielt sein Spiel. Ist immer verlässt. Was erlaubt? Struz, letztes Jahr ist er Meister geworden mit Amann in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verlässt. Er hat gespielt für 25 Spiele in diesem Verein. Er muss die anderen Kollegen respektieren. Er hat viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Sie haben keine Mutte an Worten. Aber ich weiß was denken. Über diese Spieler. Sie müssen sagen, es ist Samstag. Diese Spieler müssen, sagen mich, sagen die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Sie müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde. Ich erwarte diese Spieler. Ich verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Ein Punkt. Struz, ich spreche nicht. Ich habe nur 25% das Spiel. Ich habe fertig. Wenn Sie das klar fragen, ich kann Worten wiederholen. Worten die Vusser...